So, ist ja großartig. Also Lucas fängt schon bei der Party an, aber wir müssen noch was erledigen. Ali, hallo? Freunde? Ethan ist wieder daheim. Hallo? Ich muss mal ganz kurz hier lang. Ich muss hier ganz kurz was erledigen. Ist das da oben? Was ist denn das? Sieht ganz komisch aus. Also einmal für den. Wunderschöne Krähen-Schlüssel. Und eine antike Münze. Ein bisschen Flint-Munition, Nervengriff-Granate, Flammgranate. Okay, nice. Nice. Ich fände es gemein vom Spiel, wenn die so eine Lampe nutzen würden, um was zu verstecken. Wenn da irgendwie eine antike Münze liegen würde und das Symbol würde von der Lampe überdeckt, absichtlich. Also das wäre schon richtig böse. So, weiter geht's. Jetzt laufen wir mal kurz hinten in den Safe-Room, dass hier direkt ist. Lade ich kurz die Sachen ab und dann schauen wir nach oben in Lucas' Kinderzimmer und das Eltern-Schlafzimmer von Chuck und Margaret halt das Schlafzimmer. Oh mein Gott, das wird schlimm. Ist hier alles weg. Und weiter geht's. Warum ist das Bild hier überhaupt umgedreht? Alter. Geht zuerst ins Kinderzimmer? Ich glaube schon. Andererseits... Ne, wir brauchen den Schlangen-Sch... Zerlegungsraum, Monster. Hallo. Zerlegungsraum, genau. Wir müssen in den Zerlegungsraum. Genau, genau, genau. Ach, ich wollte schon wieder was überspringen hier. Schön. Wir müssen ja in den Keller. Juhu. Ich freue mich. Wir dürfen endlich wieder in den Keller gehen. Ist es nicht schön. Dann nehme ich mir direkt mal ein Kraut oder was für was, weil ich so gut drauf bin, dann nehmen wir gleich mal zwei. Flüssige Chemikalien, flüssige Chemikalien, flüssige Chemikalien. Bumm, bumm. So. Oh, ich nicht. Der Keller ist halt jetzt noch creepiger als vorher. Du musst hier gar keine Geräusche machen. Wieso habe ich es nicht mehr gewusst? Alles gut, Romy? Alter, hast du mich erstockt. Okay. Das ist aber nicht normal gewesen. Ja, natürlich. Ja, alles gut. Jack ist weg, ne? Ja, natürlich ist Jack weg. Die gute alte Totenstadte hier. Na gut, dann wollen wir mal rein damit. Okay. Ja, ich hoffe, ich habe mal was im Dünndamm gefunden. Jo. So. Der gute alte Schlangenschlüssel. Okay. Was haben wir doch neu? Ja, das gibt es nicht. Ja, ich würde mich. Bein. Keiner weniger. Yo, was willst du denn noch aushalten? Alter, hier aus Prinzip? Der arme Leichensack, ey. Der Leichensack ist hier das Mobbing-Opfer, das wahre Opfer im Spiel. Läuft er den halt schon getreten haben, also dann wollen wir mal raus hier. Damit wären wir jetzt im Keller auch fertig. Hier ist das ganze Blut, ich freue mich, wenn ich aufgefallen. Ja, ist ja gut, ist gut, ist gut. Muss doch nicht gleich hier wieder Monster schicken. Kann doch auch mal alles friedlich sein. Speichern wir jetzt, ist die Frage. Mal gucken, je nachdem wie viele Speicherkarten wir noch haben. Äh, wir haben drei Stück. Boah, drei ist schon... Also ich brauche mindestens... Also wir kriegen hier auch wieder welche bestimmt, aber ich brauche mindestens eine dann noch. Bocek. Eine während Lukas. Ja, eine können wir schon mal auffahren. Aber wirklich nur eine. Da müssen wir aber auch wirklich wieder eine neue mal kriegen. Also das ist jetzt erstmal vielleicht sogar der letzte Save für eine halbe Stunde oder so mit Pech. Das wäre natürlich kacke, wenn wir das dann replayen müssen. So, wir haben alles, jo. Also jetzt aber wirklich hoch ins Schlafzimmer. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Ich würde ja nicht sagen, dass sie kacke ist, aber die Waffe macht halt keinen Damage. Ich würde ja nicht sagen, dass sie kacke ist. Scheiße. Wie ist es so in der Armung? Na, macht Spaß? Was... Alter. Gut. Ähhhh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich brauche das Ton Munizierung. Dann wieder raus. Wenn ihr jetzt respawnst und dann... Nein, 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 nein. Nicht zumachen. Alles gut. Ah, das ist in der Kontrolle. So, ab nach oben. Wir gehen zuerst ins Schlafzimmer. Da ist letztes Mal nichts passiert, großartig. Gegnermäßig. Ein Bild von Evelyn. Evelyn, 2. Mai 2014. Das ist drei Jahre her. Die Großmutter ist auch noch hier. Hier ist die Hilfe, Arznei. Lass mich hier mal ganz kurz durchschauen. Da war nix. Da haben wir das Bild von Jack. Genau. Die Schublade, die geklemmt hat in... Oh, die Bilder sind ja wirklich hier. Im Schlafzimmer DLC. Und hier haben wir einen neuen Rucksack. Nice. Upgrade. Schatzfoto. Okay, das kann man da gleich erst noch bei Lukas. Kurz Arm jucken. Warte. Einen Dietrich. Jawoll. Let's go. So muss das. Flindenmunition. Okay, da bin ich doch zufrieden. Ah, was ich gerade gesagt habe. Wir sind im Keller fertig. Ist leider noch nicht ganz so. 8.15 Uhr war es glaube ich unten. Warte mal wieder was. 10.15 Uhr. Das war 10.15 Uhr. Genau. Gut, hier oben sind wir fertig soweit. Alles gut, Evelyn. Alles fertig, ich denke mal. Gut. Gut, also ab nach unten. Hier ist nichts zu sammeln, ne? Nö. Ah doch, hier unten. Guck mal. Stol-Munition. Wollen wir mal gucken. Ich will hier nichts übersehen. Nicht, dass dann am Ende irgendwie eine antike Münze fehlt. Das wäre halt ärgerlich. Das wäre halt ärgerlich. So, aber schaut gut aus. Ja. Gut. Wir haben ja unten gerade schon so ein Spiel gehört. Die rote Zugangskarte. Schießpulver. Verbesserte Pistolenmunition. Oh ja. Eher damit. Die normale Pistolenmunition kannst du halt... Nein. Okay, das ist gemein. Die normale Pistolenmunition kannst du halt eigentlich vergessen. Die macht halt irgendwie gar keinen Schaden. Okay, das ist doch angenehm. Ich frage mich, wer hier seine Rituale macht. Wahrscheinlich eher Jack, ne? Margaret ist ja so im alten Haus eher zu Hause. So, Freunde. Ich laufe jetzt hier noch einmal. Ich laufe rechts rum. Bitte spawnt hier jetzt nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso sag ich es auch noch? Ich habe es voll verschrien. Oh mein Gott. Mach zu. Mach zu. Alles ohne Kontrolle. So, Schießpulver kann weg. Die Munition behalten wir. Schatzfoto kann weg. Das kann weg. Ich will dann echt überlegen, ob ich lieber die Flinte mitnehme. Ich würde halt wenigstens ein bisschen Schaden machen. Aber so viel Munition haben wir gar nicht. Ah, hätten wir Flinten-Munition und Ende. Das wäre angenehm. Da wäre ich dabei. Ne, das ist es einfach nicht wert. Passt schon. Ich könnte mir noch so eine Münze, mein ehemals ist halt auch gleich wieder ein Inventarplatz, der dann schon weggemüllt ist. Das kommt jetzt weg. Den Dietrich lasse ich mir mal nicht in mein Inventar, sonst ist er auch wieder ein Platz weg. Gut, weiter geht's. Jetzt geht's ins Kinderzimmer von Lukas. Ohne speichern. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Bei den Luxus haben wir einfach gerade nicht, dass wir alle fünf Minuten speichern können. So. Hallo. Das ist glaube ich eigentlich so, wenn man es genau nimmt, der Raum in dem wirklich alles begonnen hat, wenn wir uns das Töchter DLC mal angucken. Also hier seine Notizen können wir kurz durchdrücken. Müssen wir nicht angucken, müssen wir nicht angucken, müssen wir nicht angucken, müssen wir nicht angucken. Audiokassette, sehr gut. Kann man mal wieder speichern. Brennerkraftstoff brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber das können wir uns angucken. Gut. Hier mit dem Jungen, den Lukas auf dem Dachboden eingesperrt hat und verhungern hat lassen. Es tropft plötzlich so komisch von der Decke. Happy Birthday. Bewährungsvertrag. Antike Münze, okay. Was haben wir denn hier? Was liegt denn da? Was soll man denn da rankommen? Okay, warte mal. Ah, okay, fand ich hier. Store Munition. Sonst ist hier aber so weit nichts mehr. Judgment. Okay. Nein. Äh, das schaut gut aus, aber nicht... Warte. So. Sehr gut. Also ich traue dem Spiel zu. Dass jetzt, wenn wir runter gehen, plötzlich da Gegner sind auf dem Gang spätestens. Wenn jetzt nicht hier in dem Bereich. Dann sobald ich die Tür aufmache, wird da gleich ein Gegner stehen. Schätze ich mal. Ist hier noch der Abdruck von Eevee? Nö, der ist weg. Okay. Hätte der sein können. Nächstes Ziel Wohnwagen. Nächstes Ziel Wohnwagen. Ich frage euch immer noch, was es mit der Spielzeug-Axt auf sich hat. Wir können die ja eigentlich gar nicht verwenden. So, warte. Okay. Es kann halt nicht als Waffe verwendet werden, aber warum haben wir dieses Ding? Es ist halt einfach nichts verwendet. So, das Vieh ist schon mal weg. Das Vieh ist auch weg. Oh, oder? Nö, es ist totes Tor. So, und jetzt folgendermaßen. Jetzt können wir erstmal die antike Münzen, genau. Wo haben wir das denn? Hier unten müsste nochmal eine sein. Die können wir schon mal einwerfen. Dann können wir Zugangskarte rausnehmen. Die können wir gleich platzieren. Den Dietrich nehmen wir mit. Die Flinten-Munition brauchen wir nicht. Den Schlangenschlüssel brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir nicht. So, jetzt gucke ich mir erstmal hier die... Was ist hier? Das sind Steroide, ne? Das Leben erfüllen. Was wird los? Wieso? Okay, alles gut. Dann schauen wir uns ganz schön das Happy Butter Video nochmal an. Let's go. Und ich bin mir ziemlich sicher. Clancy Javis. Ja, wir sind Clancy. Das ist das Ende von Clancy. Was wir hier sehen. Du, mein wunderbar, glücklicher Junge, mein B****. Du weißt, ich bin eigentlich für dich. Was? Du glaubst mir nicht? Dieser Mann? Oh, du kannst das nicht fangen. Das? Ich dachte mir, wir haben das. Wir haben das fertig. Und es ist endlich bereit. Und es ist alles für dich. Das Ding ist halt, was der gute Clancy alles durchgemacht hat. Am Anfang, als wir im Gästehaus angekommen sind, also als er im Gästehaus mit seiner Crew angekommen ist, der Angriff durch Jack. Dann hat er 21 überlebt, das Kartenspiel. Dann hat er das Schlafzimmer überlebt mit Margaret. Er hat Albtraum überlebt im Keller, da wo ihn Jack eingesperrt hat mit den ganzen Monstern. Und dann ist das hier sein Ende. Das ist schon echt räudig. Also der hat einiges durchgemacht. So, dann wollen wir mal. Wir kennen uns ja hier schon mal aus. Wir können eigentlich mal ein bisschen die Geschwindigkeit reinlegen. Happy fucking birthday. Was ich tun würde? Ich würde diesen Tisch hier nehmen, den zur Seite drehen. Quasi, dass er anstatt so, so steht. Würde diesen kleinen Tisch hier noch drauf stellen. Das fasst da drauf und würde hier oben rausklettern. Das ist die beste Chance. Man hat aber keine Ahnung, was da oben kommt. Aber es ist auf jeden Fall besser, als das, was uns hier bevorsteht. Achso, ich habe das Ding nicht mitgenommen. Ja, das brauchen wir natürlich, den Aufzieher. So. Es lässt sich nicht stopfen. Warte, kann ich hier schon mal ganz frech das Ding eingeben. Das war, glaube ich, Mädchen. Dann dieses Vogelstatuen-Ding. Und dann war es der Filters. Jo. Juh. Strohkappe. Erstmal die Kerze anzünden. Dann die Strohpuppe anzünden. Im Endeffekt sind das alle schon Anspielungen auf das, was passieren wird. Das ist halt das Traurige. Und dann hier. Lass mal gehen hier. Klauen uns, ey. Schrecklich. So. Das müssen wir eigentlich nicht mal machen, aber aus Prinzip machen wir es trotzdem. So. Komm schon. Wo ist denn mit der Kamera los gewesen gerade? Schmitzt das Fernrohr. So. Wir wissen ja, wenn wir das hier nehmen würden, dann würden wir hier das Passwort sehen. Aber das kennen wir. Äh. Deswegen. Hallo. So. Gut. Die Luftballons müssen wir jetzt nicht alle platzen lassen. Das können wir jetzt echt nicht mal. Können wir hier? Ohne das Passwort würde es kaum gehen. Ja. Da können wir nicht schummeln, leider. Das ist nicht machbar. Das heißt, wir müssen uns leider antun, was jetzt passiert. Los geht's. Yay. Der Federhalter. So. Dann zurück zum Klauen. Und das ist, warum Klauen Kacke sind. So. 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 Ich meine, er ist selber schuld, wenn er so doof ist und das Passwort nicht ändert, wenn wir hier reinkommen. Okay. Das musste jetzt sein. Auf Prinzip. So. Das Ventil anbringen. Genau. So. So. Drehen wir mal das Wasser. Okay. So. 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 Mal schauen, was wir jetzt hier haben. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Munitionsgeschichten. Mal schauen. Und. Magnum Munition. Okay. Okay. Ist nicht schlecht. Kann man machen. Das sag ich nicht. Nein. Okay. Also. Gerade ist sogar noch die richtige Tür genommen. Jo. Entspann dich doch, Junge. Mach doch nicht hier. Dein Chumpscan. So. Die Audiokassette. Die könnten wir direkt mal verwenden. Wenn wir ehrlich sind. Machen wir jetzt einfach für speichern. So. Up close. Perfekt. Okay. Weiter geht's. Perfekt zumachen? Jo. Will ich mich gleich sichern. Okay. Jetzt komme ich zu dir, Lukas. Pistolen Munition. Let's play. Hey. Das ist was wir hier tun. Geh, nochmal ein bisschen mehr Munition. Eine antike Minze. Er ist so fertig. Ah! Putана. Gut, Lauderd! Peter! Ich weiß nicht, was ich gott. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This. This right here is special. You see, Ethan? Not everybody wants to turn back the fuck. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. He's a stupid bitch. He doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So, so, Ethan, Ethan, you can, uh, you can, um, crawl around underneath that filthy, rotten house. Oh, you all looking for them ingredients but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll make that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? But come on, Ethan. What do you say? Fuck, Shane. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole A prisoner with no parole They locked me up and took my soul They locked me up She knew what they made Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey That everybody's Call to him when he will come She'll run to him like he's the one His arms outstretched but when she's done He'll be torn apart Go tell Aunt Rhodey 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 Everybody's 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 Untertitelung des ZDF, 2020